Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 21. Juni 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 639 und nach dem Feiertag gestern geht es heute weiter mit Lidl, Overcast, Castbox, Kodi, Add-on, Harry Potter, Wizards Unite, Adobe Lightroom und Android-Tablets. Ich beginne gleich mit diesem Teil, was auf den Namen Monsieur Cuisine irgendwas hört. Genau, Monsieur Cuisine Connect ist ein Thermomix-Klon aus dem Hause Lidl, der sehr günstig verkauft wird, vor allem wenn man es im Vergleich oder in Relation setzt zu eben dem sogenannten Vor-Thermomix-Teil. Ja, das Ding, wer sowas bei sich im Hause stehen hat, sollte, ja, wie soll ich sagen, vorsichtig sein, in Anführungsverschlusszeichen. Denn zwei lustige Franzosen haben sich da mal herangesetzt und wollten den hacken. Mal schauen, was da alles möglich ist, was da drauf ist und so weiter. Und haben einige Dinge festgestellt, die nicht so sein sollten. Älteres Android, keine Updates und noch viel schlimmer, ein Mikrofon, das drin ist, aber nirgendwo vermerkt ist. Zum Glück ist es nicht aktiv. Mehr dazu in der Geek Talk News-Folge, die Drachim und ich gestern aufgezeichnet haben und euch in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen werden. Da haben wir das Ganze nochmal so ein bisschen genauer auseinandergenommen. Auch habe ich ein Thema zum Bereich Podcatcher. Wenn ihr diesen Podcast hört, tut ihr das entweder über die Webseite daily.geektalk.ch, da mit dem entsprechenden Player oder über einen Podcatcher eurer Wahl. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und für das habe ich eine Seite oder einen Blog ins Leben gerufen, podcatcher.ch, kleine Schleichwerbung. Aber da habe ich neben dem, dass ich euch Podcatcher im Detail vorstelle und eine Übersichtstabelle habe, auch Neuigkeiten zu dem Teil oder zu den Punkten oder zu den Apps. Mein Gott, jetzt geht es zu Podcatchern, immer wieder mal. Und die erste Neuigkeit, die ich heute für euch da drin habe, die ist nicht ganz so frisch, aber ich finde sie ganz toll, wenn ihr einen Podcast hört und etwas davon teilen möchtet. Nicht nur die URL dazu oder einen iTunes-Link oder einen Google-Podcast-Link, was auch immer, sondern gleich was Auditives, also ein Ausschnitt aus dem Podcast. Dann könnt ihr das, wenn ihr den Overcast nutzt, auf den Teile-Button drücken. Und wie es weitergeht, das könnt ihr, wie gesagt, im Beitrag zum podcatcher.ch nachlesen. Die zweite Neuigkeit kommt auch von da. Da geht es um die App Castbox. Ist auch ein Podcatcher für iOS, für Android und fürs Web. Und die hat jetzt eine Integration bei Waze bekommen, der Navigationssoftware oder der zweiten Navigationssoftware hinter Google Maps von Google. Und damit könnt ihr jetzt zukünftig im Auto, während ihr die Navigation eingeblendet bekommt, links, rechts und so weiter fahren, auch direkt den Podcast. Denn ihr hört, startet, Pause machen oder vor- und zurückspulen. Sehr praktische Geschichte. Kodi kennt der eine oder andere vielleicht von euch noch, wenn ihr nicht ein fixfertiges Media-System habt. Zum einen von eurem Provider oder eine Apple TV, ein Chromecast oder sonstige Möglichkeiten. Da gibt es ja viele. Wer selber was bastelt, kennt unter anderem eben ziemlich sicherlich die Kodi-Geschichte. Und die hat neben dem Grundsystem auch Add-ons, über die man verschiedene Dinge tun kann, wie zum Beispiel YouTube schauen, Spotify hören und andere Geschichten. Dinge, die offiziell verfügbar sind. Und dann gibt es auch Dinge, die nicht ganz so legal sind, respektive ziemlich illegal. Nämlich geht es darum, also es geht heute darum, um ein Add-on, was es ermöglicht hat, Streaming-Dienste mitzuschneiden oder Streams mitzuschneiden, respektive die dann live auf seiner Box anzuschauen. Der Coder dahinter wurde jetzt festgenommen und gleichzeitig gingen die Add-ons in England, also gingen die Add-ons in, wie sagt man, vom Netz und können nicht mehr benutzt werden. Das Ganze ist in England passiert. Es ist ein 40-jähriger Entwickler, der eben neben seiner normalen Arbeit noch ein bisschen was gebastelt hat. Wir gehen weiter mit einem Thema, was heute sicherlich ganz stark durch die ganzen Medien gehen wird. Denn ab heute gibt es in den Staaten und in Australien und ich glaube in Großbritannien als drittes Land der Start, der sogenannte in Anführungs-Schlusszeichen weltweite Start von Harry Potter Wizard Unit. Ja, weltweit eben gesagt in Klammer, Anführungs-Schlusszeichen, denn weltweit betrifft die drei Länder, die ich vorher genannt habe. Wir dürfen nur hoffen, dass es ähnlich ist wie bei Pokémon Go. Da kamen die anderen Länder wie eben Deutschland, Schweiz und Österreich dann innerhalb von knapp zehn Tagen hinten nach. Daumen drücken ist angesagt oder sich ein Account in Amerika, Großbritannien oder Australien zu holen. Ich hätte alle drei. Mal schauen, Zeit habe ich nur nicht. Ich lasse es, glaube ich, testen. Zu guter Letzt, nee, zweitletzt habe ich noch ein Thema, was spannend ist. Der Mac App Store hat ja im letzten Jahr die eine oder andere App verloren. Unter anderem ist auch Adobe rausgegangen mit seinem Lightroom oder mit seiner Lightroom App. Das, nachdem Anfang des Jahres Microsoft mit Office 365 zurückgekommen ist, ist jetzt der nächste grössere Schritt. Adobe kommt zurück und ihr könnt ab sofort wieder Lightroom über den Mac App Store laden. Der Vorteil darüber ist, dass das Ganze preislich nicht teurer wird und ihr habt sieben Tage kostenlose Zeit, um das Ganze anzutesten, ob es was für euch ist. Und zu guter Letzt ist ein Ding, was ich eigentlich schon länger erwartet habe. Google sägt ja gerne Dienste und Möglichkeiten ab. Jetzt haben sie eine ganze Sparte abgesäbelt. Und zwar, seit das iPad im Jahre, ich glaube 2010, auf dem Markt ist, ist es führend im Bereich Tablet-Markt. Es hat sich nichts so breit verbreitet, genau so breit, so verbreitet wie das iPad oder wie das Tablet aus dem Hause Apple. Und mit den letzten Versionen und auch den Pro-Modellen hat sich da nicht wirklich viel geändert. Die einzige Alternative, die sinnvoll zu nutzen ist, ist die Surface-Geschichte, also die Windows-Tablets, was das anbelangt. Aber die Android-Tablets waren nie wirklich das, was sie hätten sein sollen. Ich habe da ja viele immer noch und auch teilweise getestet und die gingen wieder zurück. Weil ja, nee, geht einfach nicht. Zum einen wurde Android nie wirklich angepasst für die Größe, zum anderen ist die Geschichte mit den Apps halt auch so eine. Wenn die Apps nicht angepasst sind auf Tablets, viel Weiss und viel Schwarz und viel Nichts drauf haben, dann macht es einfach keinen Spass zum Nutzen. Und ja, Google hatte zwei neue Tablets oder aktuelle Tablets in der Pipeline. Die gehen jetzt unter und in Zukunft wird kein Google-eigenes Tablet mehr verbaut. Wie das mit anderen Herstellern ausschaut, wie gut hoher Weiss ist ein schlechtes Beispiel, aber was haben wir da noch? Lenovo hat ja welche und ja, Samsung logischerweise. Wie es da weitergeht, das weiss man aktuell nicht. Und ja, wir werden schauen, wenn es Neuigkeiten dazu gibt, werden wir sicherlich hier in der Daily oder im Geek Talk News-Format darüber berichten. Das war's mit den heutigen Themen. Die Woche ist somit für mich auch schon rum. Euch wünsche ich noch ein schönes und erfolgreiches Wochenende und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Nächste Woche dürft ihr wieder dem Achim lauschen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.